The Legend of Zelda Breath of the Wild bricht Wertungsrekorde und das aus gutem Grund. In diesem Video zählen wir die Punkte auf, die das Spiel unserer Meinung nach so genial machen. Das absolute Verkaufsargument Nummer 1, die überragend gestaltete Spielwelt von Breath of the Wild. Keine Ecke der riesigen Map wirkt leer oder uninspiriert und überall gibt es etwas zu entdecken. Ganz, ganz große Klasse. Mit der grandiosen Spielwelt einher gehen zahlreiche Geheimnisse und versteckte Orte, die man nur sieht, wenn man zu erkunden bereit ist. In Breath of the Wild gibt's immer was zu sehen. Nebenmissionen, versteckte Schreine, Minispiele, optionale Bosse, versteckte Kroks, natürlich die Hauptmissionen und vieles, vieles mehr. In Breath of the Wild gibt es immer was zu tun. Die Beschäftigungen haben Substanz und wiederholen sich nicht unnötig oft. Toll! So simpel das Kampfsystem auf den ersten Blick wirkt, so durchdacht ist es in Wahrheit und überrascht immer wieder mit neuen Kniffen. Hinzu kommen die fantastisch gestalteten Schreine, coole Bewegungsmanöver und zu viele Gameplay-Elemente, um sie an dieser Stelle aufzuziehen. Ab zur nächsten Hauptmission, erstmal Ressourcen sammeln, Nebenaufgaben erledigen, sich in der Welt verlieren oder gar gleich nach dem Start des Spiels ab zum letzten Endgegner, alles ist möglich. Die gewaltige Entscheidungsfreiheit bei der Aufgabenwahl zeichnet Breath of the Wild markant aus. In diesem Videoclip zeigen wir keine Bugs. Und zwar deswegen, weil es solche im neuen Zelda so gut wie überhaupt nicht gibt. In unzähligen Spielstunden bereitet uns kein einziges Mal ein technisches Gebrechen Ärger. Schilder, Schwerter und Bögen brechen, um uns zu heilen brauchen wir Nahrung und warme Kleidung wächst auch nicht auf Bäumen. Zelda wartet mit einem umfangreichen Ressourcensystem auf, in das man sich erst reinfuchsen muss, es anschließend aber nicht mehr missen will. Last but not least, allen Veränderungen an der Zelda-Formel zum Trotz ist Breath of the Wild nach wie vor definitiv ein Zelda-Spiel. Und noch dazu eines der besten aller Zeiten. Und wie gefällt euch der Legend of Zelda Breath of the Wild? Verratet es uns in den Kommentaren. Viele weitere Videos zum genialen Nintendo-Abenteuer gibt's bei PC Games. Gefällt euch!